Das lachen von dir ist auch echt ansteckend Äh, da musst du dich echt nicht gegen wehren Ja, das sei Ehhhh 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 Ja, reicht das auch Paul, wie soll ich jetzt mit einer Hand zocken, Alter? Bitte was? Was? Ja, die andere Hand hält die Eifel. Ja gut, das hätte... Okay, warte mal. Fick dich, Doc! Fick dich, Doc! Fick dich! Oh Gott! Warum? Und die Kiste ist ja nicht mehr in der Nähe. Die Runde geht in die Hose. Ja, ich kann auch ein Eis, ey. Vielleicht liegt es da. Nicht der für wüsste, ich schmier den an die Art. Der ist hoher Akkus, ja. Wer ist denn hier? Oh, hi! Oh Gott, der Himmel. Reicht doch schon wieder. Ja, reicht doch wieder. Ja, Standard. Geht das gut da oben? Ja. Aussicht ist schön. Ah, Hirnfrau. Ich leck voll in dich rein, ey. Was war das denn? Nein, diesmal fall ich nicht drauf rein. Oh, äh. Ja, geil. Toll. Ich will den gerne Auto noch verdienen, ja. Denk ihn mal ab. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Ja, die Karte. Scheiße. Wahrscheinlich trifft der Dock mich. Jo, ich steh in der Luft. Was? Was ist denn heute los? Oh fuck. Was? Ich krieg kein Luft mehr. Oh. Oh. Du stehst dich in der Luft, oder? Ficken, 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 ficken. Oh doch. Oh doch, du stehst in der Luft. Nein. Oh Gott. 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 Ja, ich mach derweil, ne. Generator. Ja, ma, ma, ma. Ich mach den Generator hier mal fertig. Dann können wir gar nicht so schon wieder gehen. Oh, hi. Siehste? Wo seid ihr hingelaufen? Ich bin nicht, ähm, hier, der, äh, das Unschuldland, ne? Was? Was hat das passiert? Was passiert da? Was passiert da? Ähm. Ähm. Äh. Ey, ey, hell mich mal bitte. Also. Kill er mal. Also es hat alles damit angefangen, dass ich in der Luft geschwebt hab. Nico. Ja, hi. Warte, ich hab jetzt. Oh Gott. Warte, ich leg jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf mit, okay? Hi. Auf drei holt ihr sie. Oh, ho, 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 ho. Daneben geschlagen. Aua. Daneben geschlagen. Daneben geschlagen. Daneben geschlagen. Daneben geschlagen. Wirgehen der Nrush. Bitte was? Qui ist die Nrush. Ja, bei drei hol dir sie. Danke. Wusste ich noch gar nicht, aber. Ich weiß, dass meine Mutter dann wissen hat, dass sie eine Tochter hat. Homan? Ich kann nie mehr. Also hallo, mein Name ist Josephine. Josephine. Hi Josephine. Hi Josephine. Hi Josephine. Immer hier in der Fähigkeit der Gruppe, oder? Mhm. Ja. Aua. Ich hab grad First Person Ansicht, voll geil. Oh. Kannst du bitte aufhören zu schreien? Soll ich ihn retten? Ja, ich rette Josephine. Bitte was? Ich häng noch gar nicht. Ich häng! Das ist so gut! Das ist so gut! Das ist so gut! Alle rein! Alle rein! Alle rein! Alle rein! Hallo! Das ist so gar nicht Josephine! Meine Frisse! Oh fuck! Josie ist angehdet! Josie ist angehdet! Josie ist angehdet! Bleib stehen Nico! Bleib stehen! Ich bin Nicole! Der hat Bock auf mich! Oh ne 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 ne! Der hat Bock auf mich! Josephine kriegt hier Deckerschock! Der hat Bock auf mich! Jetzt fängt Josie! Der hat Bock auf mich! Der hat Bock auf mich! Der wird aber voll rausgeschoben! Deck dran! Deck dran! So Niklas! Das ist ja ein super Zeitpunkt! Josie runterziehen! Ich bin Sophie! Worte Hilfe! Hi! Los alle rein! Ja! Aua! Ich bin tot! 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 Tschüss! Gute Dacht! Aua! War nett mit euch! Irgendwie heil! Hey! Jetzt kann ich mir was zu essen machen! Hey! Ich bin gleich wieder da! Wow! Nicole ist gestorben! Josephine lebt noch! Josephine ist sogar geliebt! Wow! Ich glaub also momentan bin ich echt verpfeilt drauf! Momentan! So seid ihr? Bei'n Generator! Da! Ich seh mich! Oh! Hast du mich an? Ja! Äh! Er kommt! Nee! Doch! Sag mal! Wir sind los! Das ist doch Sophie! Nicht der Kind! Ja! Sieht schon so hässlich aus! Sorry! Ja! Die Elektroschocktherapie ist mir nicht gut bekommen! Mh! Und jetzt reinmiert er dir du auch nicht! Ich glaub es sind R5! Ja! Mit Noppen! Ich glaub die zieht mir ein bisschen im Arsch! Und wohl du bist ja mädchen! Also eher n...ja! Ja! Da kommt drauf an, wo drauf der Doktor steht! Nö? Ja! Oh nein! Worn oder hinten? Ohohohohohohohoh! Ich weiss es nicht! Ich will ignorieren! Ja! Ja Niklas? Ja ähm, ich hab'n Doktor grad gesehen! Ich bin hier auf dem Steg, auf an dem Generator. Ich bin auf dem Boot. Entschuldigung. Alles gut. Das habe ich verpasst. Oh, der Dock. Ja, jetzt kommt der neue Richter. Oh, ja. Es kommt wieder der 5m-Delta. Wo bist du? War Beste. Kann doch weh. Wo bist du, Meuschen? Oh Gott, der ist da hinten. Lucky Him, ey. Lucky Him. Er hat mich gefunden. Auf otto.de Ja, auf otto.de Hashtag Schrank. Hashtag Immobilienmakler er ist. So, komm schon, Mann. Ähm, Zoe, wie geht's auch mit ner... Kann einer von euch ihn bitte ablenken und der andere kommen? Okay, warte, Mann, hier. Oh, da kam der, du. Oh, jo, 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 jo. Ja, dann fühlt sich aber nicht dafür. Hallo. Geil hier. Putt 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 putt. Putt 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 putt. Putt 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 putt. Hier, komm. Geh doch weg. Das ist witzig. Nee, ne. Hallo. Los, jetzt. Los, Josephine, opfere dich. Nein, ich schaffe es nicht. Josephine. Schaffst du. Lauf. Warum? Das war ich noch voll. Lauf, Niklas. Nein. Nein. Unglaublich. Unglaublich. Ich hab R1 gebracht. Das kannst du mir gar nicht so glauben, Alter. Ich hab's noch gesehen, aber... Ich hab's noch gesehen, aber... Irgendwie wollte der Entity das nicht mehr. Ja, warum musst du... Weil ich schon gehangen hab? Gehangen hab. Jo, jetzt keine Lust mehr. Ähm, okay. Nur ein kleiner Druck. Nur ein kleiner Druck. Jetzt bist du alleine mit dem Penetrator. Viel Spaß. Pass auf, er schlägt dich sogar. Ja. Der hat richtig Bock darauf. Im Gegensatz zu mir steht er auf Schläge. Achso. Hm, wussten wir noch gar nicht. Weicher, oder was? Nein, Spaß. Okay, ähm, so. Wo ist die denn? Ja. Gib schon zu, der war nicht lustig. Nee. Aber Totem, der ist lustig. Ja. Niklas, gönn dir. Gönn dir richtig. Gönn dir richtig. Ja. 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 Ja, das ist ein Frechert. Ja. Ja, das hat ja gut geklappt. Ja, das hat ja gut geklappt. Oh, Mann. Und Tschüss. Ja, viel Spaß. Nein! Ja, bleiben einfach sitzen. Kaffelrunde in Gras, ist okay. ja manchmal ist das unscheinbare das richtige er denkt dass ich nur aber okay dann schon na gut war keine gute runde muss ich mal als selbst zu gehen eigentlich nicht ja ging ja ich fand die ganz witzig wie war ich lustig